Und damit wieder willkommen, willkommen zurück hier bei Stranglehold, Tiki La Lück und einem neuen Part. Und wir wollen nach Taipei, Hanimai, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sieht es hier so aus, als wenn es offenes Gelände ist. Und hier muss man aufpassen, so da gibt es eine Karte vom Nationalpark. Aha, da kann man was runterschießen. Das sind die Beaver of Falling Rocks. Achso, achten Sie auf Steine. Wenn ich jetzt hier lang gehe... Ich dachte, da kommt ein Gegner. Aber habe ich mir jetzt meine eigenen... Aha, ich kann ja immer noch am Geländer lang gehen. Finde versteckte Kraniche. Ja, da ist doch einer. Guck mal. Ah, hat aber nichts gebracht. Das verstehe ich jetzt nicht. Wo können wir denn hier weitergehen? Ne, das bringt... Ah, da ist ein versteckter Kranich, guck mal. Auf mit der Siblein sind wir gekommen. Ey, die goldene Pistole ist Blödsinn. Die bringt uns gar nichts. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich hier lang gehen müsste. Wo geht es denn da hoch? Was ist denn dort? Da, ein Schiff der Triaden. Ah, jetzt habe ich es. Guck mal. So läuft das hier. Ach, hier kommt man runter. Wir machen das mal so. Na, Texturprobleme. Noch so ein Drogending. Direkt am Hafen. Wo waren wir jetzt? Wo wollten wir jetzt hin? Ach so, genau. Hier lang. Ah, das klappt ganz gut. Zack. Shotgun muss man mal aufheben, glaube ich. Obwohl, die ist auch cool. Ah, können wir da drauf schießen? Geht doch. Ah, die ist nicht ganz so genau. Funktioniert aber. Jetzt haben wir schon mal zwei. Ach, die rot ist ganz schön weg. Ich nehme mal eine Gesundheitsmischung. Oh, Jungs. So, hier. So macht man das. Ja, mit habt ihr nicht gerechnet, ne? Kopfschuss. 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 So, hier. Bitteschön. Paff. Puh, wie sieht's denn aus mit Energie? Wer erzählt denn? Wer erzählt denn hier was? 78 Schuss? Wo muss ich denn lang? Hier, in der Lokal. Achtung! Tequila-Time! So. Es gibt nämlich Stamme für die jungen Verbrecher. Und das ist gut. Die Frage ist, können wir hier einfach so weitergehen? Da erwischt uns der... Aha! Da ist was. Zwischen den Wäscheleinen. Da ist rechts ein Erster-Hilfer-Koffer. Das weiße Treuz. Da ist wieder Rauch. Aha. Finde und Zerstöre alle 16 Golden-Cade-Drogentische. Echt? Ist es wahr? Na, sowas aber auch. Komm, hier drüber. Was haben wir denn jetzt? Trommelfeuer freischalten. Cool! Oh, ja. So läuft das an. Danke für den Tipp. Drücke die 3. Das Trommelfeuer leuchtet auf, sobald du genügen darfst. Jetzt laden wir mal nach. Was ist denn das? Was schön ist. Komm, in die Luft. Wieso geht denn das Ding nicht in die Luft? Das ist ein Schuss. Noch ein Schuss. Können wir eigentlich da durchschießen? Ja, wir müssten das doch können. Puh. Jungs, 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 Jungs. Wir müssen uns ein bisschen zu helfen wissen hier. Naja, geht nicht. Shit. Wir gehen hier hoch. Wir gehen hier lang. Den haben wir direkt. Wir machen das so. Wir nehmen jetzt die Shotgun. Wir nehmen jetzt die Shotgun. Weg in die Ecke gefetzt. Gleich mal ein paar Opfer mehr. So, wie viele haben wir? Gleich drei Stück zur Donner. Das ist gut. Das gefällt mir gut. Da ist ein Papillon. Hier, ein Eumel. Juhu. Pistole wollen wir nicht. Pistole wollen wir nicht. Hier geht es nicht weiter, oder? Geht es hier lang? Warte, was ist denn das hier? Ein Fernseher? Kaputt. Kann man irgendwas zerschießen hier? Da kommt noch Rauch raus. Da hinten ist Rauch. Ich glaube, ich muss da hinten weiter lang. Da ging es aber nicht. Wie komme ich denn? Hä? Wie war denn das jetzt? Hä? Was war denn das? Hm. Ähm. Ich muss nochmal kurz zurück. Ach, das geht nicht mehr. Weil in dem Kontrollpunkt, ne? Hm. 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 Ach. Alles klar. Mensch, 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 Mensch. Glück. Guck doch mal. Sieht man doch. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt bin ich hier oben. Was kann ich jetzt hier tun? Ah. Man muss bloß richtig gucken. Na, 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 na. Wo kommst du denn her? Den Fernseher habe ich vorhin schon kaputt gemacht. Tja, der wollte irgendwie nicht so richtig, wie ich das wollte. Ach so, jetzt komme ich nur da runter. Hm. Ich wollte aber da hoch. Das ist ja erstmal cool. Das ist ja erstmal cool. Komm, wir machen das jetzt. Jetzt laden wir nach. Jack, 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 Jack. Jetzt probieren wir unser neues Feature mal aus. Das ist ja erstmal cool. Ich habe es gehört. Gibt es da noch irgendwo Gesundheit? Ja, ja, ja. Ach, du Schande. Kommt raus. Ja, das hat funktioniert. Fetzt. Ach, ich liebe es mit einem Plan. So, haben wir schon mal neun. Komm, wir sehen. Bedeutet doch, dass ein... Klotze aus. Da wird nicht geklotzt. Da wird geyoutubt. Jungs, wer guckt denn noch Fernsehen? Die wenigsten. Denke ich mal. Wir sind hier richtig. Da noch einer. Es sind elf. Oder ist das bloß das Zeichen für... Ich habe fertig. Halt. Da ist ein... Wusste ich es doch. Nummer zwölf. Jetzt kann ich ja nochmal rausgehen. Und nochmal gucken, ob ich irgendwie... Ne, hier war es schon. Genau. Jetzt geht es hier hoch. Komm. Oh, wo kam der denn her? Den nehmen wir doch direkt, hopps, mit dem Nummer 13 Eume. Jetzt muss es langsam spannend. Geht das Ding eigentlich mal in die Luft? Ich denke nicht. So. Immer wenn dieses Zeichen kommt... ...habe ich erfolgreich... ...jemanden... ...den gar ausgemacht. Dreht euch nicht um. Es wird dir nichts bringen. Vielleicht die ganze Bude mit weggefetzt. Da war noch... Da war noch wie viel? Gezielten Schuss brauche ich dann. Ha, 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 ha. I love this bullet time. Die Mission ist erledigt. Kontrollpunkt ins Grauen. Mission erfolgreich. Sollte ich euch gleich sagen können. Ihr könnt kommen. Oh. Sind die leer? Juhu. Wo können wir den jetzt hin? Da ist noch Rauch. Da muss irgendwo einer sein. Ein Kranich. Hier gibt es nichts, was ich kaputt machen kann, ne? Doch. Stilvoll. Hoppala. Hoppala. Auch nicht schlecht. Okay. Und hier machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Auf der wunderschönen Insel. Schön im Grünen. Bis bald, ihr Lieben.